ein wunderschöner tragekoffer und dümo war gestern heute wird direkt gedruckt auf fast allem ok ich gebe zu dieses gerät ist semi bis voll professionell aber es gibt auch einsteigergeräte die günstiger sind ich steige hier mal in der oberklasse ein mit benzei h irgendwas links in der video beschreibung neben diesem tollen tragekoffer ist natürlich einiges dabei dass ich euch erst mal zeige bevor es ans drucken geht der drucker selbst kann als mobiler handdrucker genutzt werden oder fest in einer industrieanlage verbaut hinter einer wabbeligen klappe sitzt der anschluss für den sensor stromversorgung und ein usb eingang zur dateiübertragung darüber eine status led der ein und ausschalter sowie die entriegelung für das tintenfach da oben kommt die dann rein zeige ich später unten im griff ist der akku verbaut auch mit steckkabel also auch dort könnte man ein festes netzteil anschließen dann ist da diese metalplatte dabei die soll helfen einen gleichbleibenden druckbereich zu haben beim manuellen drucken kann man dann eine vorrichtung haben und so immer an der gleichen stelle drucken das hilft auch bei runden und zu kleinen teilen das ist der licht sensor der immer wenn ein produkt auf dem laufband vorbeikommt den drucker aktivieren kann so ist dann alles vollautomatisch aber nicht nötig natürlich das netzteil was den akku legt oder den scanner versorgt ein usb stick eine rollhilfe für den rein mobilen einsatz dadurch verkantet man weniger und bleibt mehr in der spur die wohl schlechteste deutsche anleitung die ich selber gelesen habe das video dazu ist hier verlinkt man kann aber sehr gut mit der englischen klarkommen die ist besser wohnst du bei denen jetzt schon hört zu zu sein eine schwarze druckpatrone ist dabei ich habe die patronen auch verlinkt aber nicht gleich umfallen bei dem preis lange her dass ich so eine tinten patronen gesehen habe der aufbau ist wie beim computerdrucker früher beim einsetzen sollte die patronen nicht so raus stehen sie verrastet deutlich hörbar deckel zu nun schaut vorne der druckkopf raus damit die farbe nicht eintrocknet ist im deckel ein kissen das dort gegendrückt let's go die einzelnen einstellungen über auflösung und rollrichtung und sonst was lasse ich mal weg hier stellt man den druck ein man kann verschiedene inhalte miteinander kombinieren diese kann man je nach größe auch untereinander oder halt hintereinander setzen ich starte mit einem einfachen 2d barcode es ist auch möglich variablen zu setzen auch zähler und auch automatisch ein zukünftiges datum zum beispiel für ein mindest haltbarkeitsdatum welches nach druck vier monate sein sollte die konfigurationen kann man auf dem gerät speichern zum testen habe ich mir jetzt verschiedene dinge zusammengesucht eine stabtaschenlampe welche hinten metall hat und vorne kunststoff und sehr rund ist tütchen ein bedruckter karton auf dem schon ein druck von einem solchen drucker drauf ist hier ein anderes produkt aus metall und einer rundung ein messer mit materialmix und einfach so ein 0815 versandkarton druck in der auswahl aktivieren aufsetzen und den trigger am griff gedrückt halten dann rollen geschwindigkeit und gleichmäßigkeit muss nicht hundertprozentig genau sein das gerät passt sich entsprechend an die tütchen sind im direkten druck ohne die metallplatte ein problem da verwischt die tinte drauf für sowas sollte man auch die metallplatte nehmen dann wird es besser ansonsten geht das alles ohne probleme und sollte das produkt zu klein oder rund sein hilft die metallplatte auch beim freihand drucken ich bin begeistert von den dingen nicht nur weil man die aufkleber vom dümo immer wieder abmachen kann oder die auch selber abfallen und hier ist es dann einfach dran sondern auch weil es viel professioneller aussieht ich habe in der zwischenzeit viele dinge bedruckt unter anderem die ganzen schulbücher und utensilien es sieht aus wie vom hersteller personalisiert genial und die ganzen tupper vorratsdosen und wo man auch überall drucken kann einfach ein cooles teil so 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 so